hallo und guten abend kann man schon fast sagen denn in ein beziehungsweise anderthalb stunden wird es dunkel sein oder zumindest fast fast dunkel jetzt fängt es an zu regnen passt ja also gut dann verrate ich euch mal um was es heute geht und zwar vielleicht hört ihr es ja schon unser heutiger begleiter wird definitiv die autobahn sein die hier drüben an uns vorbeifährt denn wir wollen heute wieder mal eine nacht bei uns am altwasser machen auf karpfen schleie und bräse oder was auch immer sonst da unsere pop-up wurm oder was auch immer für köder fressen mag ja ich muss mich jetzt erst mal hier kurz umschauen wo ich nachher meine ruten ausbringen werde denn ich möchte gerne noch die stunde nutzen und die unter wasser kamera wenigstens so lange noch ausbringen mit dem pop-up vielleicht sehen wir irgendwas da unten rum schwimmen ja deswegen muss ich jetzt mal gucken denn hier auf der einen seite und ich kann es euch ja gleich zeigen aber schau das mal rein wie es hier aussieht hier nur das nötigste heute habe ich wirklich nur das nötigste dabei das zelt war noch nass vom letzten mal deswegen habe ich das gar nicht verpackt hier sieht es nämlich schon mal sehr trüb aus also das wird für die unterwasserkamera definitiv nicht gut aber oftmals ist es hier gerade im anderen bereich von dem von dem tümpel schon deutlich klarer aus welchem grund auch immer wir sind wahrscheinlich noch mehr wasserpflanzen und filtern quasi diese ganzen trübstoffe da schon eher raus ja genau hier achtung sieht man es hier das ist doch ein unterschied wie tag und nacht das ist doch schon fast wie als wenn man an zwei verschiedenen gewässern unterwegs also gut hier kommt jetzt erstmal die unterwasserkamera rein ich vermute man wird gar nicht viel sehen weil da sind noch viel unterwasserpflanzen aber vielleicht klappt es ja dass die wenigstens so paar zentimeter blickwinkel hat die kamera hier werde ich dann auf jeden fall auch in der nacht ein messort körbchen rauslegen und dann die andere route irgendwo noch verteilen also hier eventuell stecke ich vielleicht eine durch oder hier im übergangsbereich von hell und dunkel das heißt hier von trüb und klar hier weg hier mischt sich hier mischt sich das wasser schon ja und hier ist es schon bedeutend trübe aber es gibt genügend platz hier vorne hat es schon geballert da war schon bewegung ja ja ich mache jetzt auch gar nicht so lange rum als erstes feuer ich jetzt die unterwasserkamera rein mal gucken ob ich da überhaupt noch einen haken dran habe die montage ist noch so wie vom frühjahr beziehungsweise vom sommer naja also die werfe ich jetzt erstmal hier unten raus und dann müsste der tom auch bald kommen dann haben wir insgesamt den altarm mit vier ruten abgelegt in jeder ecke eine denke ich und dann werden wir sehen wo sich die fische tummeln und wo was abrennt so gut jetzt schluss aber jetzt kommt da hier ist die route dran beide ruten sind jetzt drin ja die kamera habe ich jetzt so direkt vor der see rosenfeld zwei drei meter von mir entfernt versenkt ja mal sehen der erste wurf hat hier einen riesen krautbatzen mitgebracht jetzt hoffe ich halt dass alles frei liegt wir werden sehen wenn es nachher dunkel wird tausche die sowieso aus gegen die andere route und dann sehen wir eh nicht mehr was da unten passiert ja die andere karpfenroute mit dem method feeder körbchen habe ich da so richtung von dem baum geworfen so naja drei vier meter so ein bisschen links von dem baum zu einem gegenüberliegenden busch auch mitten in die seerosen mitten ins feld rein in der hoffnung dass der köder frei unten am grund angekommen ist dann habe ich das schöne method körbchen vergraben wir warten es einfach mal ab so die bude habe ich auch schon aufgestellt hier zack tata so ja tom lässt wieder mal auf sich warten er legt sich dann ins gemachte nest na gut was als er wird auch gleich kommen denke ich ich schalte jetzt aus tue mein stühlchen hier schon mal ein bisschen in position bringen und haare der dinge vielleicht rennt ja schon was ab die unterwasserkamera habe ich jetzt rausgeholt es wird höchste zeit es ist ja schon wirklich fast stockdunkel ich denke mal da unterwasser hat man in den letzten etlichen minuten wenn nicht gerne halben stunde nichts mehr gesehen wahrscheinlich ich habe jetzt die andere route mit mesot und popup mit wurm an die gleiche stelle ausgebracht und noch zwei drei handmaiskörnchen drauf geworfen mal sehen ob sie bock haben lang zu rüsseln das könnte ja was abpfeifen da hätte ich ja richtig lust drauf noch ist es schön trocken ja hoffentlich bleibt es auch aber die prognosen sehen anders aus egal ja aber der tom ist bald immer wieder kommen jetzt hier also das heißt wieder da ist ja noch keiner da gewesen naja da bin ich mal auf die ausrede gespannt und ihr hoffentlich auch wir werden ihn ausquetschen vielleicht gibt es auch eine strafe aber sehen ich habe sicherheitshalber da ich allein bin an jede route ein köcher gelegt das macht sinn denn es wäre blöd wenn auf der einen einer dranhängt und der köcher liegt an der anderen route also jede route hat ein köcher also die landung kann auf jeden fall gelingen an beiden routen ist ebenso auch eine wildkamera die schon scharf geschaltet ist ja jetzt gleich abbrennt damit er gleich die aufnahme starten kann ich habe noch zwei andere wildkameras die will ich dann hier von hinten her in die in die fläche leuchten lassen aber da haben wir mit sicherheit hier noch etliche male durch das gebiet latschen habe ich sie noch nicht angeschaltet das werde ich nachher machen mal sehen ob der tom auch noch welche dabei hat da werden wir wieder etliche perspektiven einfangen hoffentlich mit aktivität und action eben habe ich besuch bekommen jetzt ist er hier her aber ich lasse ihn erstmal aufbauen bevor wir ihn hier gleich in der luft zerreißen oder oder was hast du soll ich dich erst aufbauen lassen das kann ja so gesprächig oder kommst du noch mal kurz rein schauen schau doch mal kurz rein hallo ich baue erst auf und dann vor allem muss ich den Eimer hier aus dem auto rausholen warum hier lass das ding zu du hast doch dann jetzt schon wieder irgend so ein bisschen ach komm her auf ich habe gedacht mir hätte einer ins auto gekotzt ja tatsächlich so riecht es oder tu das ding weg schmeiß das in den wald für die wildzeuge aber nicht hier an den Angelplatz das ist genau richtig jetzt vergoren das riecht jetzt ungefähr wieder anderthalb wochen du bleibst sogar weit weg von meinem Angelplatz hier da habe ich nämlich meinen currymais reingeworfen mein frischen currymais die wollen hier sowas also gut dann bau erstmal auf und dann erklärst du uns dein spätes kommen hier und empfängst eventuell die bestrafung das werden wir dann sehen je nachdem wie die ausrede ist also ich lasse ihn jetzt aufbauen jetzt sitzen wir hier bei uns im zelt es hat angefangen zu regnen obwohl wir so einen wunderbaren seniorenplatz eingenommen haben die fahrzeuge sind ganz unweit mit dem ganzen restdeckel neben uns geparkt normal könnte ich auch im auto schlafen mach das doch da kann ich mich ja hier diagonal reinlegen hier ist es bequemer ja so sieht es aus naja jetzt wollen wir hören warum du überhaupt zu spät kamst danach richtet sich danach richtet sich die strafe die du bekommst keine strafe ich war doch gar nicht zu spät wir haben dann nicht mal eine uhrzeit ausgemacht ja aber sag mal wenn man schon wenn man denn schon bei absoluter dunkelheit hier ankommt dann ist man doch schon von vornherein zu spät naja was kann ich denn dafür dass nicht so früh ausgemacht wird im moment so jetzt wollen wir hören was war der grund arbeiten jetzt kommen wo denn nie auf der arbeit jetzt bist du durch den wald schon wieder gelaufen zwischenzeitlich bestimmt heute heute nicht aber gestern ich war erst arbeiten dann bin ich heim gefahren dann war ich um drei viertel drei zu hause also da hättest du doch direkt los starten dann habe ich was gegessen dann habe ich reifen gewechselt wieso denn das winter reifen drauf gemacht ich musste plus punkte sammeln ach so und dann habe ich mein auto gepackt dann bin ich los gefahren das hat so lange gedauert dass du hier was weiß ich mal ein bisschen gekommen war das schon 18 uhr aber in das zu hause um viertel nach fünf weg gefahren glaube ich habe ich zweieinhalb stunden für alles gebraucht mit essen reifen wechseln ja essen gibt es doch hier habe ich dir doch gesagt ich grill doch heute aber ich muss doch plus punkte sammeln ich kann doch jetzt nicht sagen ich esse heute nichts und martin hat gekocht dann muss ich ach so muss überall essen klar aber ich habe heute auch kreppel gegessen mit wie scheim kam von der arbeit ich auch kommen wir trinken kaffee und essen kreppel was haben wir gemacht zwei kreppel habe ich gegessen ja jetzt aufzureten ich werde auch gleich das ding anwerfen ich habe ja hier alles aufgebaut alles vorbereitet hier schon und wir sehen wieder direkt unter der stark stromleitung damit du positive energie heute erlangst du wirst heute aufgeladen induktionsladung kriegst du heute verabreicht schlechte vielleicht ist das vielleicht ist das die strafe weil weil du so spät kamst konnte leider den spot net aussuchen also wirst du über nacht aufgeladen nicht dass du morgen anfängst zu leuchten dann ja das kann passieren wichtig ist der spot im wasser und da habe ich glaube ich denke ich mal zwei gute spots gewählt ehrlich weil du musst erst mal eins wissen ich will ich erst mal aufklären was überhaupt heute sache ist du spielst du mich heute bei einem battle mit und lieber freund du kannst froh sein dass ich noch nicht hier den jogger gezogen habe ja heute wird gebettelt es gibt punkte verteilung was für fische du fängst da gibt es punkte dafür also ich kann immer nur beispiel nehmen beim karpfen wirst du einen punkt bekommen zum beispiel jetzt ein punkt bei der schleie gibt es zwei punkte die fange ich dann morgen früh das ist auch durchaus denkbar und jetzt halte ich fest der master fisch ist heute mit drei oder mit mit drei punkten das ist die brasse die nämlich hier bei uns in dem altwasser äußerst selten ist werde ich auch glaube ich keine fangen mit meinen ködern wer weiß die richtig großen ich hab heute also karpfen eigentlich karpfen karpfen ein punkt schleie zwei punkte und der bonus master fisch ist die brasse mit drei punkten und ich bin aber schon ein punkt dir voraus sowas gefangen weil ich als erstes hier war und hier alles aufgebaut habe bin ich dir ein punkt voraus bist du damit einverstanden nimmst du dieses battle an wenn ich morgen das zelt abbaue habe ich auch einen punkt dann je nachdem wie dich anstellt dann könnte das auch sogar noch ein punkt für dich geben wenn du hier das camp abbaust gibt es einen bonuspunkt für dich sehe ich dann morgen ob ich den punkt noch brauche oder du bist ja lustig das das ist ja wirklich lustig mal sehen ob ich den punkt noch brauche das gibt es ja nicht ja also wie gesagt ich bin ein beides betteln das ist das drehen hocken die schon eben auf der anderen seite drüben hast ja gar nicht gemerkt weil im dunkel kam es hier ist heute das trainings battle und es geht los also karpfen schleiche wetter auch noch mal der gegen die zwei gebettelt ist ja versuchen wir vielleicht schon mal hin zu kriegen ansonsten im frühjahr dann wieder ich sag mal wenn der giebel kommt ich weiß nicht wo wollen wir den hin wollen wir den zum karpfen zählen lassen also als punkte wertung damit der auch hier bei uns ja kraus oder giebel oder ist das oder ein hybrid das ist ja egal hybrid gibt dann zwei punkte weil das ja beide fisch arten ehrlich das müssen wir jetzt schriftlich irgendwie zusammenfassen und giebel ein punkt würde ich sagen krausche ein giebel ein und diese hybrid zwei ist sogar der sonderfall da noch wenn das hier dieses komische rüssel monster ist was ich schon mal gefangen hat ja klar gibt sie dann machen wir das so dann gibt die krausche auch noch was haben wir gesagt ein paar ein punkt giebel ein punkt und der hybrid wenn er denn als hybrid eindeutig zu erkennen ist gibt zwei punkte rotauge rotfeder willst du dir hier mit deine beulies mit einer 20 mm beulies erschlagen oder was wird schwer oder beim ein kurbeln reißen 40er rotauge na dann das bleibt alles also alle anderen bleiben bei einem punkt aber die zählen auch wegen mir auch das das ist jetzt veranflugsbasis ja gut wird schwer die überhaupt mit dem köder zu fangen gut aber jeder weitere fisch ein punkt wenn wir gar nichts fangen hast du gewonnen mit dem aufbau so sieht's aus dann baue ich morgen ab dann ist es unentschieden dann wäre es ein unentschieden einverstanden vielleicht musst du mich auch hier wieder rausziehen gibt es dann wieder ein punkt für dich mein abschland haken ist noch dran da habe ich ja noch ein paar punkte gut die ich noch einsetzen könnte naja so machen wir es jetzt lassen wir es gleich erstmal brennen da draußen ich spekuliere immer noch auf die 50er schleie deswegen habe ich hier so ganz ganz heikle spots gewählt mitten im kraut mitten in den seerosen vielleicht tausche ich dann hier sogar den köder aus und macht da ein schelfisch pop-up drauf dann habe ich auch chancen gute chancen auf der brasse definitiv ja und der heino hat ja auch schelfisch sehr unmengen an fischen und große schleien wie 50er ich bleibe bei meinem hazelnut pop-up und dem was habe ich in dem anderen scopex scopex pop-up selbst getippt alles gut das mögen sie ja soll es jetzt aufgehört zu regnen ich würde sagen ich werfe das grillfeuer an hier direkt vor uns da können wir so ein bisschen uns raus expandieren im zelt ja ja klar ist zeltheizung dann haben wir ganz schnell mal ganz kurz ganz warm hier vorne gerade jetzt machen wir das habe ich einen hunger jetzt hier gucken ich habe schon was gehört und martin ist glaube ich unterwegs achtung hier gucken wir hier her ist das was und die musst du jetzt erstmal da drauf legen sonst muss ich die ja roh essen ne die kommen jetzt hier drauf da geht es gleich rund hörst du es schon aber ganz wenig nur zum glück wir haben wir haben also jetzt den den zeitschlitz das wenig regens das ist doch so zu dir das wenig regens das ist nichts weil das display umgedreht ist geht es während dem laufen dass ich da hinten so farb klicke ne geht es nicht nein ist auch egal ich muss doch nichts sagen jetzt wir grillen hier ja gerade gut oh ich höre es jetzt geht es los jetzt geht es los oh guck mal hier der bauch wird schon im und jetzt leuchtet der bauch hier und ja packen und 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 Musik 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 Was ist denn jetzt? Ja mit Das ist doch meins Ich muss doch weitermachen mit deinem nächsten Brötchen Dann gib ihm mal ein Brötchen her Das war doch meins Kannst du vergessen Vier Weißt du ja das nicht? Na ja, mal gucken. Ich brauche ja Kraft dann. Du darfst sogar einen Bauch mehr nehmen. Da setze ich mich jetzt drauf. Nein, nein, nein. Da habe ich ganz schnell hier zugegriffen. Und? Wie ist es? Heiß. Das macht Sinn. Aber es ist sehr heiß. Heiß, fettig, aber gut. Ja, genau so sieht es aus. Da ist auch so ein bisschen Kohlestaub dran, meine ich. Hast du mal kurz reingetaucht? In den Kohlestaub. Alles gut. Was passiert? Ich meine, das wäre mir auch so kurz runtergegangen, oder? Nein. So klein bisschen. Hm. Ah. Aber. Das ist gut für die Verdauung. Mhm. Und da ist auch noch schnell. Also wenn man satt ist, wird man müde fast, oder? Ja. Ich warte ja immer noch auf den Biss. Tja, ich auch. Aber ich freue mich hier an diesem Feuer. Schon immer richtig gut. Eigentlich das erste jetzt seit langer, langer Zeit. Seit dem Schweden-Urlaub. Das erste Feuer immer wieder. Die ganze Zeit war es ja sonst entweder trocken bei uns oder nur Sivwetter. Ich meine, heute war es ja nicht viel anders. Es war ja auch Sivwetter. Aber heute haben wir gesagt, heute lassen wir den Feuereimer glühen. Zum Glück hat es ja so eine kleine Feuerpause, wollte ich sagen. Regenpause gegeben, damit wir wenigstens das Grillgut noch durchgezogen hatten. Aber das ist schon was ganz anderes. Wenn da so ein bisschen was vor sich hin knistert, da hörst du rundherum nichts mehr. Also die Autobahn höre ich schon gar nicht mehr. Also wenn ich es nicht eben mal kurz gesehen hätte, wäre mir das scheißegal gewesen. Da hätte ich nur noch auf das Knistern des Feuerholzes gehört. Ja, so ist es. Herrlich. Feuer ist einfach spitze. Das entspannt. Und macht warm vor allen Dingen jetzt. Kann man es ja auch gebrauchen. Ja, ist recht kalt geworden mittlerweile. Ja. Aber wir sind noch weit über 0. Ja, klar. Da ist noch viel viel Spielraum dahin. Das wird auch, denke ich, noch so eine Weile bleiben. Das sollte doch jetzt eigentlich für die Fische hier bedeuten, dass sie nochmal richtig Gas geben müssen. Das bedeutet das auch. Ja, weil wir das. Ja, das ist ja auch. Ja, das ist ja auch. Ja, das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Ja, das ist ja auch. 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 Ja, das ist ja auch. wann wollen die denn anfangen? Entweder mitten in der Nacht oder morgen früh dann. Ich hätte gern jetzt schon mal was. Also ich würde gern auch mal in die weitere Plus-Sektoren reinfahren, damit ich so zwei oder drei oder vier Punkte Vorsprung habe, bis du dann deine Wie willst du die erreichen, die Punkte? Willst du hier noch irgendwas aufbauen? Ich fange entweder eine richtig schöne dicke Schleie. Gut, die Größe ist ja dann egal, aber eine Schleie oder die Präse hier drin in unserem Tümpel. Wenn ich die Präse rausgeholt habe, habe ich den Trumpf. Ja, ja. Glaub mir. Aber bis jetzt tut sich ja weder Karpfenschleie noch Präse. Gar nichts. Aber ich glaube, das heißt nur, dass es bald losgehen wird. Ja, ich habe ja jetzt hier vorne meine Stelle präpariert mit dem guten Futter. Da hast du wahrscheinlich alle abgetötet. Da hinten darf ich ja nicht füttern, hat er gesagt. Nein, nein, nein. Da kommt nur Curry-Mais hin. Das gibt den Schleien auch die nötige Farbe dann noch, das Curry. Wenn richtig schön, grün, gelb. Du wirst sehen hier vorne. Ja, das glaube ich dir. Ich habe dir ja den Hotspot überlassen. Das liegt dann aber nur an dem Futter. Nee. Das sind die, die es vielleicht gerade so noch überlebt haben, um dann Köder zu finden. Nee, nee. Das mögen die, so vergorenes Zeug. Du magst es doch auch. Ja, gut. Ich bin ja keine Schleie. Ja. Eine Barbe für manchmal. Bald, ja. Bald bin ich eine Barbe, ja. So, im Vergleich. Und was bist du dann? Ich? Ja. Bin ja sowieso Fisch. Achso. Vom Steinzeichen. Nee, vom Aussehen her. Wenn ich eine Barbe bin, was bist du? Ein Hybrid? Ein Aal. Ja. Ja, wer weiß. Das müsste man noch näher sich ausdenken. Na, vielleicht weiß ja einer. Und schreibt es unten rein, was für ein Fisch du bist. Mondfisch. Ich habe übrigens beim Bäcker, da musst du mal drauf achten. Du willst ja morgen auch zum Bäcker gehen, hast du gesagt. Ja, ja. Das erzähle ich dann morgen früh. Aber wir gehen ja morgen zu einem anderen Bäcker ab. Ich habe jetzt schon zweimal Brötchen geholt. Und da gibt es eine Verkäuferin. Weißt du, wie die heißt? Kaulbarsch. Ach komm. Nee, oder? Frau Kaulbarsch. Ich? Frau Kaulbarsch. Ach. Das ist doch geil, oder? Ja, da fahren wir hin. Moja oder was? Oder ist sie abseits von hier? Nee, das ist gar nicht mal so weit weg. Aber auf dem Weg würde jetzt die andere Bäckerei liegen. So, der Frau Kaulbarsch. Das ist ja. Ja, das ist gut. Und bist du da reinmarschiert mit deiner Gummistiefel? Oder hast du Sandalen angezogen dann? Vorm Betreten des Bäckersalons? Nee, ich hatte meine Schlappen an. Ah ja. Weil beim letzten Mal, also wie du da zum Auto gelaufen bist, da hast du ja ganz schön schlammische Füße gehabt mit deinen Gummistiefeln. Ja, aber zum Auto fahren habe ich die dann sowieso ausgezogen. Ach so. Na gut. Ja, dann warten wir mal ab, ob wir morgen zur Frau Kaulbarsch gehen oder zum Herr Esox. Das bleibt alles offen. Vielleicht kommt da eine Frau Perlfisch. Ja, ja. Die gibt es ja auch. Frau Perlfisch. Ja, den Fisch gibt es aber. Meinst du, es gibt eine Frau, die Perlfisch heißt? Mit Sicherheit. Also wenn es eine Frau Kaulbarsch gibt, dann gibt es mit Sicherheit auch eine Frau Perlfisch. Ja, ich weiß es nicht. Ha, gibt es denn, da habe ich noch gar nicht gehört. Kaulbarsch. Frau Kaulbarsch. Wie heißen Sie denn? Ah, ich bin die Frau Kaulbarsch. Ja. Das ist cool. Das gefällt mir. Und noch Bäcker. Na ja. Sehr gut. Du kannst ja gut mit Würmern fangen, die Kaulbarsch. Ja, jederzeit. Sommer wie Winter. Immer. Na gut. So, jetzt gucken wir nochmal an dein Feuer hier, dass das richtig weiterläuft. Und dann ziehen wir hier einen nach dem anderen raus. Ich hoffe es. Einer wird jetzt schon mal reichen. Ja. Egal wo, von mir aus darfst du auch 2 zu 0 in Führung gehen. Ehrlich? Ja, dann holst du morgen nach. Hauptsache es tut sich mal was. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir gleich hier nochmal nach. Du hast ja eben letzt 4 Wildkameras draußen stehen gehabt, gell? Mhm. Ja, und auf der einen war überhaupt gar nichts drauf, gell? Ja. Über 4 Tage lang nicht eine einzigste Auslösung. Da tut sich genauso viel im Wald, wie hier bei uns im Wasser, oder was? Nämlich gar nichts. Also das einzigste, was hier gesellig daher zieht, das sind die Waschbären. Die schmeißen einem die Wildkameras einfach so um. Also wie Kegel. Bam. Zack. Einfach umgeworfen. Fertig. Und von dann gezogen. Das hatte ich gehabt, ja. Da war die quasi für die nächsten Tage dann unbrauchbar irgendwo, ja, ins Kräutig gerichtet. Und trotzdem für die lange Zeit hätte ich wenig Auslösung. Hat auch eine Kamera draußen. Wie lange war die? Die war sehr lange eigentlich. Also für meine Verhältnisse ist es sehr lange. Fast 2 Wochen. Ach komm. Ehrlich? Ja. Also das ist wirklich lang. Also 10 Tage mindestens, glaube ich. Aber ich habe mir da auch mehr erhofft. Da waren schon einige Tiere zu sehen, aber ich habe eigentlich gedacht, dass da wesentlich mehr los ist. Ja, die Hoffnung hatte ich bei mir auch gehabt. Aber es gab schon einige Tierarten zu sehen. Waschbären hatte ich auch einige. Also ich hatte ja da auch erstmals mal ganz kurz, also für eine Nacht quasi, also für eine Nacht mehr oder weniger, im absoluten Dickicht unter Holz und in so einem Baumstumpf drin quasi hat die Kamera gestanden. Und die hat also unzählige Male ausgelöst. Ja, das war aber, weil stets und ständig so eine kleine Maus da ihr Unwesen da direkt auf der Bühne da getrieben hat. Aber da kam auch noch was anderes dazu und das hat mich ja extrem gefreut, was da kam. Aber ich glaube, wir lassen die einfach mal so ein Reihenglied durchlaufen, würde ich sagen, so zwischendrin. Zur Auflockerung, während wir hier an dem Feuer sitzen und zwärmen. Und wollen wir sie laufen lassen? Dann Abfahrt mit den Wildaufnahmen. Aufnahmen. Und wenn wir die Monstrum sind, können wir die Vielen Dank. 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 Dann machen wir es. Schön dunkel. Also, gute Nacht. Vielen Dank. Er kommt. Ich muss schnell machen. Also, wenn ich jetzt das Zelt abbau, steht es 1 zu 1. Ja, mache ich jetzt auch. Oh, meine Lampe noch. Ich baue schnelles Zelt ab. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe gut geschlafen. Und du? Ja, ich war oft wach. Du musst auch zweimal pinkeln gehen zwischendrin. Da habe ich dir ja gesagt, was du brauchst. Da habe ich aber die Hände zusammengeklatscht. Krano Fink. Ach du großer Gott. Dass du dich mal durchschlafen kannst, wenn du pinkeln musst. Ja, ich muss mich ab und zu immer mal drehen. Ja, ab 50 braucht man sogar. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Da hast du noch ein bisschen Zeit. Ein paar Monate. Also, aber gewöhn dich dran. Das geht ganz schnell. So ist es. Was? Und? Kannst du von deinen Fängen berichten? Nein. Ich liege immer noch in Führung. Das ist nicht wahr. Kannst du das belegen? Ja. Es steht 1 zu 1. Ah ja. Ich habe das Zelt abgebaut. Ja, das stimmt. Das habe ich im Augenwinkel gesehen, wie ich hier mein ganzes Equipment zusammen gemacht habe. Dass da irgendeiner rumwuselt. Aber ich werde in Führung gehen. Warum? Denn ich kriege nämlich einen Zusatzpunkt. Wieso? Weil ich es daheim trockne. Also kann man wirklich sagen, heute bin ich ganz knapp mit Führung hier aus dem Rennen gegangen. Würde ich sagen. Also lässt sich ja rechnerisch darauf zurückführen, dass es keine Punktevergabe aufgrund von Fischen gab. 1-1. Sondern es war ein technisches K.O. Oder wie nennt man das? Gar kein K.O. Eine Niederlage für beide. Weil wir heute Morgen schon geflucht haben. Bringst jetzt noch schön Brötchen mit, dann ist alles gut. Das mache ich auch heute. Tatsächlich. Wirklich. Mache ich. Meine Frau hat es spitz gekriegt, dass du immer welche mitbringst. Also habe ich auch einen Auftrag. Scheiße. Ach Quatsch. Gehen wir also zusammen jetzt Brötchen holen? Wir gehen jetzt zusammen zum Bäcker. In den Schlammgummistiefeln oder ziehen wir uns Schläppchen an? Also ich habe hier nur noch diese anderen Schläppchen mit. Meine Schuhe gehen. Das geht. Naja gut. Alles klar. Aber nicht zur Frau Kaulbarsch. Nein. So stimmt. Egal. Dann nennen wir jetzt den Herrn Kaulbarschbuben als Bäcker. Ja mal gucken wie die heißen. Ob die überhaupt ein Namensschild schon dran haben. Das werden wir sehen. Aber bis dahin würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Und es geht dann irgendwann weiter, wenn wir wieder was versuchen zu fangen. Das war ja echt mies heute. Echt hier, Mann. So grottenschlecht. Naja gut, komm. Nimm mal einen Zuppler. Nimm mal wirklich einen Zuppler. Das waren Enten, die glaube ich immer so einen Bissauslöser gebracht hatten. Ich weiß nicht, ob das heute Morgen gegen, ich glaube halb fünf oder wann muss es gewesen sein. Da hat es wirklich dauerhaft immer mal gepiepst. 6 Uhr war das. Oder kurz vor sechs. Das könnte gewesen sein, dass vielleicht irgendwas... Weil die Enten hätte ich ja gesehen. Das war die Bisamratte, die ich heute Morgen da hinten gesehen habe. Ach, das kann auch sein. Die hat ja die Schnur eingesammelt. Das kann auch sein. Ja gut, und dann war ich auch, dann musste ich pinkeln. Sagst du, ich brauche gerade nur Pinkeln. Vorher warst du doch schon zweimal. Ja, war ich auch. Einmal, glaube ich. Einmal war ich vorher. Also, egal. Komm. Schalab. Vielleicht hält den aber auch jetzt hier schon so Kürbiskernpötchen. Nein. Bestimmt. Bestimmt für den Anfang, ja. Alles klar. Also, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss. 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 Tschüss.